Moin und servisierte Leute da sind wir jetzt auch schon wieder direkt hier im Albtraum ja mal schauen ob ich jetzt mal den richtigen Weg finde ohne dass ich sterbe sieht man ja aber relativ zügig dieses Babygeschrei hier ne da denke ich jetzt mal das wäre meine Tochter aber die stimmt nicht ganz so das richtige ja das durfte hinhauen glaube ich so will es endlich sein oh man ah eine riesen Tür das sieht gut aus sehr schön oh oh Wow! Nein! The fuck. Diese Scheißspinnen, ne? Schon wieder welche. Oh, Mann. Fuck. Auf jeden Fall weiß ich jetzt schon mal den Weg. Dass man eigentlich auch rassfass durchrennen kann. Theoretisch. So. Das heißt natürlich auch nicht, ob es da irgendwie hier... Noch ein... Okay, Shortcut wahrscheinlich ja eher weniger. Aber vielleicht hier nochmal eine Lampe oder sowas gibt. Das ist ja natürlich gar nicht mal so verkehrt. Aus Recht, was diesen Kackweg hier betrifft. Dass man sich zumindest schon mal den sparen kann. Nein. Diese Drecksviecher hier. Boah. Ätzend. So. Tag. Ach ja, hier. Sieht man die ja schon. Die Spinnchen hier. Also hier war ja nichts. Da ist meine Blutlache. Na, wenn ich hier jetzt einfach mal weiter, ne? In der Hoffnung, dass wir irgendwann die Spinn aufhören, mir hier zu folgen. Äh. 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 Scheiße. Ich hab jetzt gar keine Ahnung, wo ich mich hier jetzt renne. Auf jeden Fall sind ja jede Menge Gegner. Tag. Hi. Äh. Äh. So einen Dicken gibt's hier auch noch. Oh. Ist wahrscheinlich uncool, wenn ich da runter falle. Huah. Wärgst wie im Arsch. Aha. Hö. So. Wieso gibt's denn hier keine Lampe? Äh. Raben. Und ein Hund. Äh. Was sind das hier für Wolfsdaben? Ja, ne? Ja. Lol. Okay. Also ich will jetzt hier mal für ein, für ne Lampe. Scheiß Vieh. Kiesel. Okay, da ist ein normaler Hund. Und Loot. Hä? Muss ich nicht derzeit nicht? Ja, okay. Da ist nochmal ein Fahrstuhl. So, das war jetzt schon mal Hund Nummer 1. Und Nummer 2. Hundsteinbrocken. Sehr schön. Das hat sich ja schon mal gelohnt. Hm. Wohin würde denn der hier gehen? Das muss doch einfach mal. Hup. Ah, guck dir das mal an. Flöp. Ach, sehr schön. Gott. Dann auch schätze ich mal, muss ich da oben nach wie vor weiter. Ja, meine Achse ist ein bisschen groß für den Cage hier. Also ne Käfig. So, dann ist das hier dann schlussendlich. 100% noch mal ne Abkürzung. Mit dem Fahrstuhl, was ja hier momentan noch nicht funktioniert. Oh, nicht, dass hier gleich wieder Spinnen auf meinen Kopf fallen. Hä? Oh nein. Fuh. Du hast einen Schatten. Rattenvogel. Aha. Gut, hier geht es aber nicht weiter. Alter. Hä? Gut, für den Boss fight. Natürlich geht es scheiße, ne? Hä? Da ist sie ja. Wenn man da klappt, mal hinterher. Bleib stehen. Wow. Was will diese Mistviecher hier töten? Nein. Sehr schön. Boah. Kann da irgendwas anderes tolles aussehen, genau das? Hm. Scheiße. Okay, also nur ein Angriff. Beziehungsweise ich warte mal, bis er das hier nochmal macht. Machst du das nochmal? Komm, mach doch mal deinen komischen Arm da. Genau. Danke. 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 Out of the range Nein Ha Oh, ich weiß nicht Oh, ne. Okay. Machst du eigentlich noch was anderes? Scheiße. Okay. Jetzt ist er weg. Ah, jetzt ist er wieder da. Ah. Ja, ne. Hm, ich stehe mal fast auf hoch. Was ist da? Alter, Penner. Ah, da ist er ja. Der Hühnerschrecker. Bleib stehen. Hä? Was ist da auch hinterher, Lord? Ne, geht da nicht. So, wo muss der jetzt sein? Hm. Ja. Ein bisschen hoch. Aha. Wo ist sie hier hin? Ah. Tag. So, sicher, sicher. Nein. Hä? Hä? Warum mach's mal lieber so? Hier sind wir nämlich ein bisschen... Haha. Nein. Ich muss hier jetzt hier hoch, oder was? Ich muss hier jetzt hier hoch, oder was? Wo ist denn der Pisskopf? Ah. Oh, nicht schlecht. Ah. Nein, da ist der Spiegelgedönsel, okay? Nein, da ist der Spiegelgedönsel, okay? Nein, da ist der Spiegelgedönsel, okay? Da ist noch einer. Hä? Hä? Okay, die kommen nicht hinterher. Ich habe echt keine Ahnung, wo ist denn der hin? Ich habe echt keine Ahnung, wo ist denn der hin? Ah. Scheiße, wie hier... Ah. Scheiße, wie hier... Also manche reden jetzt hier gar die ganze Zeit irgendwie nur dumm rum. Nein! 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 Hä? Wo ist denn der Pisskopf? Ah, ok. Was machen wir jetzt? Alter, bist du irre? Boah! Penner! Looooool! Hä? Das ist ja krass! Äh, ja. Das ist natürlich das Problem mit den Haltringen, ne? Oh, Entschuldigung. Wenn ich sonst nicht keine mehr hab. Hm. Ja, drei Stück. Ne, das reicht nicht. Da war nochmal zurück. Höhöhöhö. Der hat ja echt den Arsch offen. Aber ich glaub mal fast in der zweiten Phase ist es besser mit einer Hand. So. Äh. Äh. Geh mal an, Alter. Und nochmal irgendwo was. Da. Nehmen wir erstmal das. 8000. Sehr schön. Äh. Ja. Schauen wir einfach mal, wie viel wir zusammen kriegen. Ah, durfte sogar andere Level Up drin sein. Ja, und dann haben wir noch 5500. Hm. Ne. Nehmen wir lieber das. So. Was soll ich hier verkaufen? So, den Scheiß hier. Acht Violen. Naja, ist besser wie nichts. Alles klar. Wohin müssen wir denn da dann eventuell wieder zurück? Nein. Ah. Hier. Ja. Gut. Aber bevor ich das jetzt mach. Ah. Kacke. Schau ich nämlich hier grad nochmal. Äh. Nach dem tollen Baby. Ob das jetzt grad zufälligerweise da ist? Schau. Tittittittittiii. Sammle ich nämlich jetzt mal so ein bisschen hier. Anderes gedünseln alles ein. Was mir dann noch fehlt. In der Hoffnung, dass ich dann auch nochmal ein paar Blutviolen oder hier auch Blutechos zusammen sammle. Weil ich brauche ja noch hier für das Alternative, also das richtige Ende oder das wahre Ende, wie es genannt wird. Nochmal ein paar zusätzliche Items. Ach, jetzt ist sie wieder da. Hä? Du warst ein Sehbete, sehr. Das kleine Sohn. Hä? Hä? Ähm. 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 Aber wie man hört, hört man ein Baby schreien. So. Dann schauen wir nämlich grad mal. Da war ich beim letzten Mal ja doch gar nicht mal so verkehrt, weil ich muss nämlich hier runter. So. Na. Genau. Und hier dann nochmal runter. Hm. Hier ist aber nichts. Ne. Da ist nur die Lampe. Hä? Oder geht es doch noch nicht? Dass man das jetzt eventuell machen kann. Ah. Gibt es noch was anzusammeln? Rot-Juwiel-Borsche. Für was auch immer das ist. Hä? Hä? Nö. Hier ist nichts. Komisch. Hm. Ne. Kein Plan. Wird erscheinbar noch zu früh sein. Hä? Nur noch einen kleinen Moment, Liebchen. Was denn das? Ach ja. Da ist die doch jetzt. Hä? Wieso ist die denn jetzt tot? Hm. Ne. Hier ist nichts. Okay. Überall diese Scheißviecher. Also die ist hier tot. Gut. Ja. Aber eigentlich. So wie ich das da von euch gehört habe. Muss das Ding da hier unten dann sein. Schauen wir da jetzt einfach mal vielleicht jetzt. Nein. Hä? 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 Pfff. Kein Plan. Schaue ich dann einfach später nochmal. Und dann höre ich mal an dieser Stelle auch mal nochmal auf. Wird damit natürlich fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal geht es dann hier dem Mikolasch da. An den Kragen. Und somit sage ich mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst. Haut rein. Ciao und Servus.